So, bisher alles, hoffentlich ohne Soundprobleme. Willkommen zurück, der nächste Teil Black Set. Wir haben hier das Hotta Hü eingesperrt. Ich denke nicht, dass wir uns das jetzt nochmal anschauen müssen. Aha, was ist das? Okay. Okay. Dann nicht. Sieht aus wie eine Bombe. Was hat es denn jetzt nochmal mit dem Rolltour auf sich? Muss ich mir den nochmal angucken? Ah, er ist wach. Nöööö. Erstmal, erstmal gucken. Aha. Ah, Halskette. Sieht wie eine Pfeilspitze aus. Hm, allerdings. Das Pferd, das für Mitchell arbeitet, trägt eine Pfeilspitze um den Hals. Spuck's aus und ich sorge dafür, dass Mitchell dich nicht umlegt. Was ist, ähm, wo ist Mitchell? Was hat Mitchell vor? Was soll dieses Lagerhaus hier? Ähm... Ja, gute Frage. Irgendeiner hat es hier hin gebaut. Und ich sorge dafür, dass Mitchell dich nicht umlegt. Spuck's aus, sonst verbringst du den Rest deines Lebens im Knast. Wenn du meine Frage nicht beantwortest, verbringst du den Rest deines Lebens in Sing Sing. Nur wenn ich nicht antworte? Komm schon. Beantworte meine Fragen und ich beschütze dich vor Mitchell. Was? Sobald der rausgekriegt hat, dass du mit mir geredet hast, legt er dich um. Wie schon dein Partner Randall Lay. Hm. Ich hab keine Ahnung, wovon zum Henker du da redest. Ach nein? Was hat Mitchell vor? Scheiße, man. Du stehst voll auf den Typ, oder? Ich geb dir eine Minute Bedenkzeit, damit du dir ein paar überzeugendere Antworten einfallen lassen kannst. Eieiei. Okay. Also gleich nochmal. Moment, Katja. Die Gesalten... Ah, ja, okay. Moment. Aber erst... Erstmal umgucken hier. Was? Okay, das ist der da hinten. Nein. Gibt's nix. Da gibt's auch nix. Was ist mit der Leiter? Riesige Holzfässer und Kisten. Hoppla. Eine lose Diele. Nein. So. Warum sollte ich hochklettern, um dann direkt wieder runter zu klettern? Das... hätte dir zu denken geben müssen, Blacksit. Ein indianischer Toten. Könnte ein Totempfahl der Ojibwa sein. Dann wäre das Tier ganz oben ein Kranich. Hm. Oha. Ich glaube an dich, mein Sohn. Ach, er ist indianische Abstammung. Im Lagerhaus am Hafen stand ein ganzer Dachboden indianische... Okay. Ein Traumfänger. Ah ja, oh, da... Oben. Wie gesagt, ich möchte nicht wissen, wie viele Kartenteile ich da jetzt übersehen habe, weil ich da direkt mit dem Gabelstapler gefahren bin. Das ärgert mich. Ein Traumfänger. Er soll Kinder in der Nacht beschützen und alles Böse in seinem Spinnennetz einfangen. Wenn ich mich nicht irre, sind das Weihrauchstäbchen, wie sie bei Ritualen der Läuterung verwendet werden. Hm. Ich hab mir noch alles angeguckt hier. Hm. Da gibt's nichts mehr? Nein. Gut. Äh. Dann gehörte dieses Lagerhaus offenbar einem kanadischen Importeur. Hm. Da komm ich nicht hinter. Nein. D-d-d-d-d. Da gibt's auch nix. Da gibt's auch nix. Ein Sofa? Wir gehen auch schon wieder aus dem Bild. Brauche ich Hilfe? Wen würde ich anrufen? Jemanden anrufen? Wiggly Smirnoff. Gute Zusammenarbeit und so. Smirnoff. Bist du mal anrufen? Pier 36. Wir treffen uns in einer Stunde. Black Set. Wenn Sie aus Montgomery kommen, ist es das sechste Lagerhaus auf der Seeseite. Was liegt an? Und bringen Sie die Kavallerie mit. Hm. Der lange Abend des Gesetzes und so. Du hast mir doch einen Tipp gegeben. Mehr oder weniger. Genau. Soll ich jetzt auch noch Smirnoff anrufen? Ähm. Wiggly. Entschuldigung. Na, was denn jetzt? Den anderen da. Meine Güte. Ich bin ein wenig verwirrt. Lass bloß die Finger davon. Sind wir hier wieder? Ja, so ein Teil. Das ist das gleiche Teil, glaube ich, ne? Hm. Hm. Was auch immer das heißt. Ja. Irgendwie muss ich das Ding ja doch zum Laufen kriegen. Noch so ein Teil. Hm. Zu jedem Knopf sagt er das gleiche. Äh. Auch hier kein Erfolg. Okay. Einen habe ich noch. Hä? Was? Was war das denn? Hä? Okay. Hier läuft gerade irgendwas schief. Oh nein. Spiel. Hab dich jetzt bitte nicht aufgehängt. Bitte. Oh nein. Es hat sich anger... Nein. Ich komme hier nicht mehr raus. Ganz toll. Ja. Und ich komme auch nicht mehr in meine Gedanken, die ich gerade öffnen konnte. Oh Leute. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Ich beende das hier mal und starte das neue. Drückt mir die Daumen. So. Nochmal neu geladen. Jetzt ist die Frage, was... Warum bewegt er sich nicht? Äh. Blackset. Warum bewegst du dich nicht? Hallo. Was ist denn jetzt hier los? Kingers. Was ist denn mit euch los hier? Mein ganzes Gamepad funktioniert jetzt hier nicht mehr. Ja. Das funktioniert. Aber... Och. Ich muss das alles... Ich muss alles nochmal ausmachen. Oh Leute. So. Nochmal neu geladen. Tja. Und ich komme nicht weiter. Es ist doch zum Mäuse melken. Gucken wir mal. Was haben wir denn? Schweigsam. Okay. Äh. Hier findest du Statisten zu deinem Verhalten im Spiel. Achso. Anständig. Okay. Ich bin nicht ganz so anständig. Aber ich bin vorsichtig. Und 100%... Einzelgänger. Okay. Äh. Ja. Schön. Tipp deaktiviert. Zurück. Das Ding ist... Ich... Habe ja hier auch mal die Möglichkeit gehabt... Irgendwie das Spiel zurück zu spulen. Aber... Ich kann hier nur noch auf Start drücken. Ich komme nur noch ins Startbildschirm. Also hier in das... Langsam. In das Menü. Alles andere funktioniert nicht mehr. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Ey. So beendet man natürlich auch eine Aufnahmesession. Es ist doch zum Kotzen. Ich habe das Spiel neu gestartet. Ich habe jetzt normal über das... Hier könnt ihr euch auch... Im Moment mit Einstellungen in dein Black Set laden. Gehen wir doch einfach mal in das Offensichtliche. Du kannst Tutorial Fortschritt. Wieso Tutorial Fortschritt? Tutorial Fortschritt machen wir weiter, wo ich die Ermittlungen unterbrochen habe. Die Hilfe, das ist unten auf dem Bildschirm, findest du alles... Tipp deaktiviert. Was? Spielstand laden? Ja, muss ich ja wohl. Aber wo enden wir dann... Oder wo beginnen wir dann jetzt? Und vor allen Dingen macht es Sinn. Nicht, dass jetzt da das gleiche Problem auch wieder ist, dass ich den nicht steuern kann. Oh nein, ich muss das alles nochmal machen. Ich muss das wirklich alles nochmal machen. Ach, das kann doch nicht sein. Ja, Freunde. Das ist ja schon das zweite Mal, dass sowas passiert. Mit so einem Problem. Und ich bin jetzt echt angefressen, weil nicht nur, dass ich jetzt viel nachmachen muss. Oder nochmal machen muss. Es nervt auch. Aber nun gut. Der Teil ist zwar... Er fährt schon wieder mitten davor. Ist jetzt noch nicht lange genug, um Schluss zu machen. Aber ich nehme das mal als Anlass, hier jetzt tatsächlich früher Schluss zu machen, als ich es vorhatte. Weil ich habe jetzt heute Abend auf keinen Fall Lust, das alles jetzt hier nochmal zu machen. Wir drücken uns einfach allen die Daumen und hoffen, dass wenn ich morgen dann wieder Lust auf das Spiel habe, dass das dann ordnungsgemäß funktioniert und wir dann wieder an Ort und Stelle gelangen. Und dass es dann ab dort weitergehen kann. Ja, sorry dafür, aber ihr habt es selbst gesehen. Ich habe es leider nicht beeinflussen können. Macht es dann also gut. Bis morgen. Schönen Abend noch. Bleibt mir bitte alle gesund. Und schaltet dann wieder ein bei der nächsten Folge Black Set. NRW bei 18. Adieu.